Ja hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal eine Premiere, ich habe mir eine Video Capture Karte gekauft und will die mal ausprobieren und daher habe ich jetzt mal ein Playstation 4 Spiel gestartet und das nehme ich jetzt erstmalig über diese Karte auf, was eine ziemlich gute Bildqualität ermöglichen sollte. Mal sehen ob es auch so ist. Ja den Spiele Sound höre ich jetzt dummerweise nicht, ich weiß jetzt auch nicht wie ich das irgendwie beheben könnte. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber naja gut, ich hoffe mal dass es da vielleicht dann doch irgendwann mal eine Lösung gibt, aber na gut, schauen wir mal. Ja das ist, das Spiel heißt Sky Force ist ein Ballerspiel, ich habe schon mal gespielt vor einiger Zeit und ja das ist sowas, ja ein klassischer Shoot'em up mit moderner Grafik. Ja, ich will es einfach mal starten. Ok, also man kann hier die geschafften Level nochmal spielen und das mache ich jetzt auch mal, mit Level 1 fangen wir mal an. Alles klar. Ok, also diese Aufgaben die gelb sind, die habe ich schon geschafft. Das klingt ja schon mal gut. Aber die anderen, man verlässt überleben oder 100% der Gegner erwischen, das ist noch offen, mal gucken. Achso, ja. Ja, geht direkt weiter. Ja, das Spiel, das habe ich mir mal irgendwie, das war, da ich ja Playstation Plus habe, gab es das mal umsonst einen Monat. Und dann muss ich sagen, ja, hat sich gelohnt. Ja, ok. Sehr schön. Oh, oh nein. Also alle Gegner, ja. Ok, dann will ich das mal versuchen. Na, ist doof. Ich will den Turm ja nicht. Das ist natürlich jetzt... Aber es geht. Es geht trotzdem. Okay. Jetzt muss ich jetzt wirklich alle Gegner abmachen. Wirklich alle. Ist das auch? Ist das ein Leuchtturm oder nur ein Turm? Egal, ich will jetzt nur ein... Oh nein! Ah, jetzt... Ja, siehst du, das kann ich schon gar nicht mehr schaffen. Die Gegner. Ah, schade. Und hier kann man noch die Neufe retten. Genau. Oh, das kommt gut, die Steuerung. Mit dem Analog-Sick, doch. Ich weiß nicht, ob es das noch für andere Systeme gibt. Kann gut sein. Aber für B10 nicht, das hätte ich wahrscheinlich schon gesehen. Ah, ja, sehr schön. Sehr schön. Also, einsammeln gibt es da einiges. Und wieder eingerettet. Ja, sehr gut. Also, mittlerweile ist mein Flieger hier schon ein bisschen aufgerüstet. Also, als ich angefangen habe, das erste Mal gespielt habe, der war ja noch recht langsam. Und das war schon sehr nervig anfangs, ja. Und... Aber mittlerweile... Ja, mittlerweile geht es. So. Uiuiuiui. Ah, ja. Und wenn die Energie schwindet, dann wird das auch akustisch und alles hier angezeigt. Jaaaa. Das ist jetzt noch alles sehr überschaubar. Also, Bullet Hell ist das jetzt längst nicht. Das fängt also wirklich unspektakulär an. Und, ja. Aber es steigert sich. Später noch, ne? So. Ist das schon ein Boss-Gegner oder ein Zwischen-Gegner? Na? Mal gucken. Ach, das sind Schüsse. Ah. Nicht einsammeln. Okay, schon clever. Ja, ja. Oh, da kann man ein paar Leute retten. Wir machen was hier unten. Ach, das ist schon... Ja, er hat gereicht. Ja, die Sterne kann man einsammeln. Das ist schon mal gut. Ganz klar. Wunderbar. Oh, wow. Ah. Ja, cool. 118. Ja, das... Ich werde hier erstmal sparen. Man kann nicht sparen und dann sich was Größeres davon kaufen. Ja. So kann man das Schiff aufrüsten. Und ich glaube, das... Das muss man auch. Ja, ich könnte jetzt hier wieder zurück zum Ausrüsten. Soll ich das mal machen? Ich mach das jetzt mal. Oh, ein 449. Da krieg ich ja bestimmt was für. Aber das reicht noch nicht. Hauptkanone. Ich werde mal die Hauptkanone aufrüsten. Ach, eine Vögelkanone habe ich noch gar nicht. Ja, wenn das so ist... Ach, das kann man auch alles noch aufrüsten. Ist nicht schlecht. Da gibt es ja so einiges, ne? Oh, weia. Ja, also wenn man das alles hat, ne? Dann... Ja, okay. Ja, dann spare ich noch ein bisschen. Dann spare ich noch was. Das lasse ich nochmal. Ne, das lasse ich. Das nächste ist was offensives, was ich aufrüste. Okay. Gut. Also 100% der Gegner habe ich jetzt noch nicht. Und unverletzt überleben. Ja, das sagt sich jetzt so leicht, ne? Ja, das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Na gut. Nein, das dauert. Das ist ja hilfreich. Das ist sehr gut. Ah, schön. Das ist grafisch sehr schön. Da sagt ich ja schon, ne? Nice! Ja, das finde ich aber auch. Sehr gut. Ja. 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 Ups. Aber jetzt kann ich noch die 100% Gegner... Das kann ich jetzt noch... Oder jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Oh, Mann. Andererseits... Ah, siehst du, das kann ich jetzt nicht mehr... Die 100% Gegner platt machen. Super. Schade. Ja, das ist gar nicht mehr so einfach. Vielleicht brauchen wir da wirklich noch ein bisschen Bonus... Äh, Waffen. Die Waffe schon. Ah, ja. Oh. Energie hat ein bisschen gelitten. Walsch. Ja, ja. Den kriegen wir einfach. Den kriegen wir gerettet. Ja. Sehr gut. Ja, das ist jetzt alles noch überschaubar. Das ist alles noch gar nicht so schwer. Um nicht zu sagen, noch relativ leicht. Noch. Das ist halt so im Moment, ne? Aber das bleibt natürlich nicht so. Wie geht das jetzt? Ja. 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 Nicht so einfach. Ja. 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 Ja, das ist jetzt wirklich ein sehr schweres Spiel. Das könnte man jetzt nicht sagen. Nice, nice. Oh, nice. Ja. 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 auch komm ich hin wenn du es richtig gemacht nicht schlecht an den Das verstehe ich jetzt nicht, wo man da jetzt stehen muss. Alles egal, da stehen ja eher weniger Fliegen. Da fliegt schon einiges auf mich zu hier. Aber jetzt die Leute, die wirklich diese krassen Spiele gespielt haben, diese krassen Ballerspiele gespielt haben, die werden darüber lachen. Die werden über sowas nur lachen können. Aber für mich ist das jetzt durchaus nur Ausbrüllen, ja. Ach komm! Da muss man echt den Überblick behalten. Da ist noch eine Kanone. Jetzt nicht mehr. Komm schon! Jetzt! Das war's! Boom! Jawoll! Oh! Das war noch nicht der Endos. Das war noch nicht der Endos. Oh! Okay! Und das ist auch noch eine Endos. Great! Leute retten! Ja! Machen wir mal das glatt! Und? Ja! Stage complete! Ja! 90% der Gegner habe ich erwischt. Na ja! Na ja! Das sind auch keine 100, aber... Ja! Ist schon mal was, ne? Okay! So! Dritten Level können wir ja auch noch machen. Ne, ich rüste jetzt noch nicht aus. Da habe ich noch keinen, keins dieser Ziele erreicht. Ist okay. Vielleicht ja jetzt. Ja, cool. Ja, schießen kann ich ja schon mal, ne? Schalte nicht. Leute retten! Ja! Alles klar! Oh! 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 Oh, oh! Boah! Wie viel sind das? Was ist denn das? Wahnsinn! Ja, das kann man ja miteinander verbinden. Oh! Ja! Leute retten und ballern. Alles kein Problem. Bis jetzt. Ah! Okay. Allesamt retten wir schon. Die Musik. Und die Grafik. Also allgemein ist das technisch echt gut geworden. Nice! Nice! Und sowas ist ja eigentlich eher, ja. Aber... 16.32 Bit Ära. Aber... Aber was soll's. Auf der PlayStation 4 macht das Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, was das normalerweise kostet. Äh... Ja, weiß nicht. Ja, so ein Megatreuer wird das jetzt auch nicht sein. Also... Oh! 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 Oha! 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 Kriegen wir die noch? Ich mein den Level hab ich glaub ich noch gar nicht geschafft. Den hab ich noch gar nicht geschafft. Das heißt, das wäre jetzt das erste Mal, wenn es mir gelingt. Ja, mal gucken, ja. Das ist ja auch nicht da, irgendwie. Ja, okay. Den krieg ich aber gerettet. Den auch. Nice. Nice. Okay. Ah, das sieht aus wie der Bossgegner. Ach die Kacke. Einfach fragen. Was? Ob das denn eine gute Idee ist? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier ist noch als Bossgegner kommt. Oh, Wahnsinn. Ja, sicher. Das habe ich jetzt ganz so schön lesen können. Ja, versuch's doch. Du kannst es ja mal versuchen. Oh. Oh, oh. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Das kriegt hier noch wenigstens hier einen richtigen Bossgegner zu sehen. Also das ist jetzt wirklich mal ein Bossgegner, den Namen auch verdient. Das haben andere Spiele schon im ersten Level als Zwischengegner. Oh, naja. Na ja. Egal. Oh, jawoll. Aber hey. Ich finde es trotzdem. Jetzt. Ja. Das sind jetzt hier schon. Das ist jetzt schon Bullet Held. Also für mich ist es da schon. Also für mich ist es da schon. Bullet Held. Ja. Auf jeden Fall. Die Experten werden jetzt sagen, das ist noch gar nichts. Ja. Aber. Ich finde das schon vollkommen... Ich bin schon zu viel. Fast. Na ja. Nee. Ist okay. Fast. Fast. Ja. Ich hätte jetzt auch gerne auf 60 FPS gestellt. Bei der Aufnahme. Aber das... Da hat mir mein... Da hat mir mein... Da hat mir mein Computer gesagt, nee. Äh... Lass mal lieber. Das geht nicht. Ja. Ich weiß nicht. Da kam so eine Meldung, dass es... dass der Computer nicht stark genug ist. Für... Für 60 FPS. Das hab ich mir... Ich weiß nicht. Deswegen habe ich auf 30 gestellt. Mal gucken. Okay, ja, Level 3 geschafft. Ja, cool. Nicht schlecht. Fast alle Leute gerettet. Ja, 8 Ansprüche finden der Gegner. Ist gar nicht mal so schlecht. So, mal gucken. Jetzt bin ich doch schon mal so gut dabei. Dann mache ich auch nochmal den Level, den... Was ist das jetzt? Ach was, wie... Ach, den kann ich noch gar nicht. Ich muss erst noch Medaillen freischalten. Ach so, deswegen. Ja, Leute. Ah, das sind die Medaillen. Hier habe ich... Das sind... Da habe ich zwei. Da habe ich zwei. Da habe ich eine. Ich brauche also noch zwei Medaillen. Dann geht es jetzt weiter. Na, klasse. Gucke ich doch mal eben, was ich hier einkaufen kann. Jetzt kann ich doch... Die Hauptkanode kann ich jetzt ausrüsten. Dann machen wir das doch mal gleich. Ja, sehr schön. Und noch einmal Schild. Ja, in Ordnung. Ah, na super. Ja, jetzt komme ich hier nicht weiter. Dann will ich das jetzt hier mal... Ja, schade. Das geht noch nicht. Jetzt die gleichen Level nochmal zeigen, ist ja Quatsch, ne? Dann werde ich das Video jetzt hier beenden. Ja, das ist schade. Ist schade. Ja, Sky Force. Anniversary. Ja, das ist Anniversary. Also nicht die ursprüngliche Version, sondern wahrscheinlich eine aufgepeppte. Ich kenne jetzt die ursprüngliche Version nicht. Aber diese Version gefällt mir sehr gut. Grafisch, musikalisch. Das ist wirklich... Das ist wirklich top. Ich kann es euch empfehlen. Also es gibt es im Playstation Store für die Playstation 4. Und für andere Systeme weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein. Also, ja. Das macht Spaß. Okay. Ja, also jetzt wo ich weiß, dass das geht mit der Aufnahme hier, mit der Capture-Karte, da kann ich auch öfter mal was von der Playstation 4 zeigen oder meinetwegen auch Switch oder was habe ich noch? Ja, Playstation. Ja, Playstation 3 weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen schwierig. Aber vielleicht von dem Mini-Super Nintendo. Das habe ich ja auch. Und vielleicht kann ich da auch mal was zeigen, wenn das denn so einfach geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Aber da es ja ein HDMI-Kabel hat, sollte das ja eigentlich auch gehen. Mal gucken. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.